Hm, wer ist Thorsten Havener? Das ist eine gute Frage. Naja, in erster Linie... Ich. Du, ich mach das hier schon seit über 20 Jahren. Und in der Zeit hab ich einfach gelernt, es gibt gewisse Verhaltensweisen, die sind bei fast allen Menschen gleich. Und irgendwann kannst du dann tatsächlich Körper lesen. Wenn man weiß, wo man hingucken muss. Das ist eine gute Frage. Ich soll dir was über meine neue Show verraten? Lass dich überraschen, ich sag nur so viel. Die ist ohne Worte.